... Schau her! Also, man muss da umdrehen, oder was? Schaut es nicht gut aus? Es schaut super aus Und die türen schmelzen Die sehe ich, ja, mal schauen, grüß dich Dann kommen ja noch ein paar Spezialitäten dazu Dann, damit wir das grün und weiß mischen, kommt aber die weiße Zwiebel Weiße Zwiebel. Dann geben wir noch ein bisschen Knoblauch-Sauce drauf. Ja, heute haben wir nichts mehr vor, oder was? Nein, ein wenig Knoblauch-Sauce geben wir drauf. Dann, damit die Mischung immer passt, geben wir in die grünen Gurken. Ja, genau, grün-weiß, oder? Jawohl, das ist noch ein wenig Deko. Und dann, das ist der Höhepunkt, der Deckel mit dem grünen Sesam. Und jetzt lass es bitte schmecken. Ja, danke. Sollst du das Rapid-Logo nehmen noch auf? Und das werden wir jetzt sicher schmecken lassen. Ja, und ich wollte jetzt ein bisschen...